Hallöchen und Willkommen zurück Äh, ja, Vollbild wär immer gut Und jetzt sind wir zurück Ja, möchtest du auch Hallo sagen? Nö, okay, dann nicht Ja, ich, äh, weiß nicht mehr, wo wir waren Hm Ja, du weißt es auch nicht, ja Ich glaub, äh, du wolltest dich da runtergraben Ja, richtig Ja, weiter Äh, nee, nee, du wolltest noch weiter runtergehen Ja, da ist die Lava Ach, ein Dach bauen Okay Dann bauen wir jetzt ein Dach Das ist doof Du kannst dich runterbauen So, ich bau mich jetzt hier runter Bum, bum, bum Ich baue die ganze Zeit mit dem Kopf an der Deck Aber ist mir egal So Spitzucker Und dann baue ich's jetzt hier runter Stein, Stein, Eisen Stein, Stein Eisen Stein Eisen Eisen Ja, das mag ich so sehr Ja So, jetzt komm ich hier nicht mehr hoch Aber das ist mir egal Okay, doch nicht Okay, jetzt komm ich wieder hoch Alles gut So, ey, ich glaub mich jetzt hier runter So So, und 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 noch mehr Eisen 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 Ich mag Eisen Eisen ist total Toll Reflkei rein an Seize So So, noch mehr Eisen Bau ich ab Bau ich ab Also Eisen haben wir genug hier auf dieser Karte Und jetzt komm ich da nie wieder hoch Und kann die Treppe nie wieder richtig benutzen Aber das ist mir total egal, weil, ja, weil's mir egal ist Da ist Gravel Das ist Gravel Gravel Das ist Erde Er schreckt dich nicht mal so Das ist nur Erde Das ist Erde Das ist Erde Höhle Höhle Ist da eine Höhle Also ich höre nichts Jetzt drehe mich noch mal lauter Aber es Also den Ton drehe ich es mal lauter Aber es höre nichts Wie ich es höre, höre ich nichts Wie ihr hört, hört ihr auch nichts Wir haben Musik Es ist aber Musik auf meinen Ohren Schöne Leise Musik Jetzt baue ich mich hier total tief runter Ich finde das total cool Wenn ich hinterher nicht mal aus der Höhle rauskomme Und den Ausgang nicht finde Weil es müsste so total komisch runtergebaut haben Aber es macht trotzdem Ja ihr müsst wissen ja Also Frauen denken ja anders als Männer Und das ist dann so Frauenlugig Wenn man sich einfach irgendwo runterkriebt Und nie wieder rausfindet Weil Frauen sind ja nicht so Dass sie sich nicht hochbauen Also als Mann da Baust du dich ja nicht hoch Weil Das ist ja Das ist ja armselig Wenn man sich hochbaut Aber Frauen haben da halt kein Problem mit Darum gehen die einfach so in Höhlen rein Und dann bauen die sich halt irgendwann wieder raus Wenn sie nicht mehr rausfinden Äh du solltest vielleicht mal ne Fackel setzen Genau Sonst sieht nämlich keiner was Sonst haben die auf YouTube alle immer nur ne schwarze Milch Das ist nicht so gut Ja ich glaub die wollen nicht nur mein Gelaber hören Die wollen auch noch ein bisschen vorm Spiel sehen Was? Was? Jetzt sagt sie wieder nix Ist aber auch schlimm Slim, slim, slim Ja Da ist noch mehr Erde Ich hab Erde gefunden Ich bin reich Du solltest mal Fackeln setzen Setz mal ne Fackel Dankeschön Ja Also ich baue mich jetzt hier weiter rein Und immer weiter rein Weil das macht mir so viel Spaß Oh Ich hab Gold gefunden Jetzt bin ich reich Gold Ich habe Gold Das glänzt so schön Also ich glaube alle Frauen die jetzt zusehen Werden sich ärgern Dass es in Minecraft keine Goldketten gibt Die man sich grafen kann So als Accessoire Oder hättest du keine Goldkette gern Nein Silber Eine Silberkette Ja dann kannst du dich doppelt ärgern Weil es gibt weder Silber Noch Ketten Tut mir leid Das Soweit ist Minecraft noch nicht Ja also wir bauen uns immer noch tiefer Und immer noch tiefer Und also es passieren hier sehr sehr viele Abwechslungsreiche Dinge in dieser Folge Also ich meine wir bauen uns tiefer Und wir bauen uns tiefer Und wir bauen uns tiefer Also wenn das keine Abwechslung ist Dann weiß ich auch nicht Also es wert euch nicht dass hier das zu nicht abwechslungsreich ist Weil Äh das ist voll abwechslungsreich Ich meine wir haben jetzt hier Ähm Wir haben jetzt hier Kiesestein Und wir haben Graven Und wir haben Erde Und wir haben Gold Und wir haben Eisen Und wir haben keine Kohle Also Kohle Technis Ist diese Karte aber nicht so gut Ja die Karte Auf der du spielst Die Map Und wir sind am Boden Sind wir am Boden Setz mal ne Fackel Setz mal ne Fackel Setz mal ne Fackel Da Fackel Nein das ist ein Kies Nein da Nein 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 da Da Fackel Ja okay wir sind am Boden So wir sind am Boden angekommen Und äh jetzt ist vorbei Jetzt gehen wir wieder hoch Äh nehm die Fackel bitte nicht mit Sondern lass sie da Sonst kommen die ganzen Monster in dein Haus Ja also die Ja das Nein du baust das nicht zu Du kannst da unten so alles aussöhnen Du kannst da unten nach Diamanten suchen Ähm die Diamanten Höhle machen Äh Mine machen Doch da sind die Diamanten überall Du musst sie nur suchen So Jetzt das Problem der Frau Wie find Wie kommt sie wieder aus der Höhle raus Und sie baut sich Das gibt's doch gar nicht Ah ja Vielleicht kannst du ja jetzt dein Dach bauen Baut dich doch Da so An der Seite Genau Da musst du jetzt noch Ne baut er Da Links Die Ja Also Frauenlogik ist echt immer Ich versteh die Frau nie Das ist echt schlimm Das ist echt Oh das ist Tag Du kannst dir ein Dach bauen Wie auch immer du das machen willst Warum Ich versteh die Ich hinterfrag den Sinn jetzt mal nicht Ne Ja aber es ist doch alles ausgeleuchtet Sie möchte nicht reden Sie möchte lieber Unerkannt bleiben Ähm Der Schatten hinter dem Gameplay Die Lava Die Suche nach Lava wird weitergehen Wird sie jetzt hier Lava suchen Oder wird sie ihr Dach zu Ende bauen Was sie eigentlich tun heute Oder was geht sonst noch in ihrem Kopf Was Okay also wir gehen jetzt in der Höhle Wir lassen das erstmal mit dem Holz bauen Wir gehen jetzt mit einem vollen Inventar Womit wir fast nichts mehr wieder mitnehmen können In der Höhle Hm Weiß es Du musst schon laut reden Damit ich anhöre Ah echt Ich Wurde gerade fast geschlagen hier Aber Naja Ich werde auch zu viel scheiße Ne Ja da stimmt sie mir zu Ja jetzt Ja was können wir wegpacken Ja Da ist Gold Was machst du damit Ah ok Die Kohle kommt in den Ofen Und das Gold kommt in den Ofen Oder nicht doch Das Gold kommt in den Ofen Du kannst Du solltest vielleicht Ja genau Eins reicht Also du hast vier Eimer Ne Das Das Du kannst viermal Lava holen Also ich glaube Das Das Lava Teil wächst langsam Wenn wir jetzt Lava finden sollten Wenn nicht dann nicht Und Warum wirfst du die Steine weg? Das ist schon wieder so eine Logik Äh die verstehe ich nicht Andere Leute haben 20 Kisten Doppelkisten mit Steinen Und du pfiffst die einfach weg Als wäre der Und den Sand Du wolltest doch deinen Strand verschwinden Jetzt wirst du den Sand weg Oh Jetzt 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 ist es ihr wieder aufgefallen Jetzt Jetzt Ja 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 Irgendein Fertz und Lava Ich sehe dich schon kommen Und alle werden dich Auslachen Außer ich Ich werde dich nicht auslachen Also das Schwert ist ja nicht wichtig Das kannst du ja ablehnen Ne Und die Faubel Und die Axt Und äh Eine Spitzhecke Solltest du sie vielleicht noch machen Also ohne Spitzhecke Eine Höhle So wie du gerade wolltest Ja ein bisschen schlecht Oder nicht Jetzt ist es aufgefallen Okay Naja Vielleicht äh Noch eine aus Stein machen Oder so Oder zwei Und Ja erstmal Stickies machen Das war ein Crafting Table Okay noch mehr aus Eisen Aber haben wir auch genug von Okay Dann würde ich sagen Ein Stück Fleisch kannst du jetzt essen Und dann können wir in Höhle gehen Ja Da stimmt sie mir zu Selbstbewusst Noch Bis die Monster kommen Und dann Geben wir gleich in die Höhe Ich glaube das Eisen Ja Eisen kannst du dich hier lassen Bevor du stirbst Wenn das weg ist Oder auch nicht Deine Entscheidung So was macht Was macht sie sich jetzt noch Noch mäßig Ich hinterfrag da jetzt gar nichts Weil sonst krieg ich gleich wieder einen auf den Deckel Ja Vielleicht äh Eins von den Feierstüben könntest du eigentlich essen Dann hast du ein Slot frei Weil Vier Herzen kannst du eh aufhören Ja Ja Das war jetzt ein Jahr Aber naja Ich mach's nicht Das war nur ein Jahr Ja Ich hab verstanden Dass du irgendeine Scheiße Laufest Naja Also langsam Oh da ist wieder Der ist ja Typ im Moment Der guck ich mir immer so gerne an Ja Ähm Und da ist Ja Schlachten wir nochmal ein Schwein Auf dem Weg Und ich glaube Und ich glaube Das mit der Höhle verschieben wir auf die nächste Folge Weil wir machen jetzt erstmal nur noch 15 Minuten Folgen wieder Ähm Wegen Ja Zeittechnischen Gründen und so Äh Nein wir machen keine 20 Minuten Folgen Nein wir machen keine 20 Minuten Folgen Ja Zumindest jetzt erstmal Die Woche nicht Jetzt jetzt Äh Gerade Äh Gerade war noch alles klar Ja Machen wir 15 Minuten Folgen Äh Ja Einzelne jetzt aufnehmen Weil wegen Äh Ja Gleich noch Äh Weg Und so Und äh Auf einmal so Nein wir machen 20 Minuten Folgen Hm Ja also wir gehen in der nächsten Folge in die Höhle Weil wir machen jetzt Folgenpause Nach 15 Minuten Wie wir abgesprochen haben Ja Also ich hab noch nichts gehört Kannst ja meine Zuschauer fragen Boah die können ja jetzt nicht schreiben Weil wir ja nicht live sind Hey Drehst die da oben und gehst da rein So schwer ist das auch nicht Da siehst du ist nur so ein kleiner Rundgang Das war ein kleiner Rundgang Ach komm wir suchen uns mal einen Höhleneingang Und dann machen wir voll 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 Guck mal geht's da in eine Höhle rein Oder ist das immer noch da unten Hm Okay guckt's ja nicht Egal Da oben He 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 Da waren wir doch gerade oder nicht Ja also sehr viel passiert in der Folge jetzt Wir haben uns bis zum Grün gegraben Wir haben auf dem Weg nichts gefunden Haben unten nicht nach Diamanten gesucht Deshalb haben wir das zugebaut Und äh Ja Dann sind wir wieder hochgegangen Das waren so die ersten 7 Minuten Dann ein bisschen Kisten sortiert Und jetzt hier vergebens eine Höhle suchen Und sehr unschön mit Cobblestone an der Wand hochbauen Und merken dass wir irgendwie ein bisschen falsch rauskommen Und uns weiter hochbauen Statt uns einfach rüber zu bauen Ist ja auch egal Du könntest dich jetzt da auch einfach hinbauen Oh mein Gott Ja dann Geh da hin So ist da was oder ist da nichts Nein da ist nicht Da oben Rechts oben Guck mal rechts Da ist was Da kann's dich reinbauen Und ja Dann haben wir jetzt eine Höhle gefunden Und dann könnt ihr euch in der nächsten Folge drauf freuen Wie wir mal wieder in eine Höhle gehen Und ich wahrscheinlich wieder eingreifen muss Und die Monster wahrscheinlich wieder sehr sehr bös sein werden Und ja mit viel Angst und so in die Höhle Jetzt natürlich wieder mit einer Axt den Gravel abbauen Weil Ist ja unser Ding Ja du kannst auch die Feldhacke da für den Steine Und eine geile Aussicht Ja das sieht doch mal schön aus Ja da ist unser Haus Genau Das sieht doch mal schön aus Ja dann Würde ich sagen Okay hier ist jetzt keine wirkliche Höhle Ja Dann können wir nochmal eben die Kohle abbauen Wird die Folge doch wieder länger Okay nicht viel länger aber ein bisschen Weil du eh nicht genug kriegen kannst Und ja Dann würde ich mal sagen Stell dich mal hier hin Und mit dem Ausblick Guck mal da zu unserem Haus Guck mal zu unserem Haus Nein nicht da runter Guck mal zu unserem Haus Ja Und mit diesem Ausblick Doch Mit diesem Ausblick verabschieden wir uns Und sagen Tschüss Bis zum nächsten Mal Danke dass ihr dabei wart Guckt euch auch die anderen Folgen an Wir machen jetzt eine kurze Aufnahmepause Und dann bis zum nächsten Mal Willst du sowas sagen? Tschüss Tschüss Ja Tschüss trio T